Was ist One Crowd? One Crowd ist einer der am breitesten aufgestellten Crowd-Investing-Anbieter in Deutschland und der Regierung. Was ist One Crowd? Definitiv Kommunikationshoffenheit, eine gewisse Risikoaffinität, ein bisschen Mut zur Lücke und vor allen Dingen absolutes Commitment für seine Idee und für sein Team. Ein absoluter Top-Tipp ist, guckt euch das Marktumfeld an, guckt euch den Wettbewerb an. Ihr müsst versuchen, euch mit einer gewissen Alleinstellung herauszustellen und somit werdet ihr Investoren überzeugt. Networking ist das A und O. Gerade auf Events bei diesem lernt man so viele neue Eindrücke vor allen Dingen kennen, die man einfach nicht hat, einfach nicht bekommt, wenn man für sich selbst privatiert handelt. Wir sehen uns beim nächsten Mal.